Ich weiß nicht, warum diese Frage in letzter Zeit vermehrt aufkommt, aber ich werde sie trotzdem beantworten, auch wenn ich schon ein Shorts-Video auf meinem Kanal dazu habe. Und zwar geht es darum, aus der Hüfte zu feuern. Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Du musst einfach nur die Schießen-Taste drücken, ohne zu zielen. Ja, auch das hier ist zielen. Du siehst, hier geht der Laser an. Ja, wenn du aber aus der Hüfte feuerst, bleibt der Laser aus. Einfach nur die Schießen-Taste drücken. Das ist am PC die linke Maustaste und am Controller, an der Konsole, der rechte Trigger. Also der rechte Trigger, RT oder R2, wie auch immer das bei dir heißt. Ja, das ist alles, was es braucht. Dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg mit dem Aus-der-Hüfte feuern. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.